Ich geh nochmal zurück und hol mir nochmal den Gegner auf der anderen Seite. Ah, jetzt hangel dich doch da fest. Oh, jetzt bitte, bitte nichts schief gehen, ja? Dabei? Oh, der ist noch ein... Alter Schwede. Hier ist noch ein Abgrund. Oh, ist das gemein, ey. Oh, ist das fies. Naja, ich geh nochmal zurück, weil... Da war ja noch einer hier, ne? Hier unten. Da war ja auch noch ein Abgrund. Ein ziemliches Abgrund-Level. Nein, 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 nein. Beobachten, was der für Bewegungen macht. Sieht er mich von da? Okay, er geht weg. Ah, das heißt, wenn er weggeht, dann hab ich ein bisschen Zeit. Dann kommt er nämlich wieder. Ja, wenn er weggeht, hab ich Zeit. Okay. So. Siehst du mich von da? Ja, 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 nein, 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 nein. Vergiss es. Freund. Geh weg. Gehst du weg? Du bist doch jetzt weg, oder nicht? Ja. Sehr schön. Und? Und? Yes! Oh, das war geil. Das war geil. Okay. Geschafft. So, dann geht's ja hier mal weiter. Es wird wieder neu. Ah, nee, aber ich glaube, das führt sowieso ins Gleiche. So, hier ist ja irgendwo... Ah! Stopp! Da! Okay. Links. Links ist er. So, da. Wie sieht der denn aus? Wie sieht... Okay. Oh mein Gott, nein! Fuck! Oh mein Gott, und Feuer! Lauf weg! Lauf weg! Lauf weg! Oh! Oh! Scheiße! Aber der kommt nicht. Der steht da nur rum, okay? Der steht nur rum. Moment, guck da in die... Guck da in die falsche Richtung. Aber ich muss den echt beobachten jetzt. Okay. Aber so langsam kriege ich es raus. Ja, man darf hier nicht einfach rausrennen, wenn man denkt, der guckt in die falsche Richtung. Das wäre scheiße. So. Der dreht sich nämlich extrem schnell, merke ich gerade. Hm. So. Da habe ich nämlich jetzt gedacht... Ja, seht ihr das? Da habe ich nämlich gedacht, ich kann rübergehen. Aber dann hat sie sich direkt wieder gedreht. Aber irgendwie muss ich den doch kriegen jetzt. Einmal nochmal gucken. Es tut mir leid, wenn es so langsam läuft. Aber das ist halt... Ich glaube, jetzt... Jetzt... Nein! Fick dich doch! Verdammt! Geh doch runter! Geh runter! Sehr schön. Ja, er ist tot. Ich spring wieder ins Feuer. Ja, scheiße. Ah, okay. Ah, ich bin doch jetzt wieder hier. In dem gleichen wie eben, wo ich eben wieder abgestürzt bin. Was ist denn hier? Ah, hier unten kann ich hin sogar. Ich habe einmal kurz... Ja... Geschaut. Ja, genau. Hier ist nämlich ein... Riesenabgrund. Oh, ist das krass, ey. Ist das krass hier. Heftig. Aber hier rechts kann ich hin. Ja, und da ist direkt ein... Typ, oder was? Nee, okay. Oh, das ist voll... Ah, da! Okay. Das ist voll gruselig hier. Okay. Was machst du? Du drehst dich nur, oder was? Er geht weg. Okay. Und dann? Wie geht's weiter? Ja, während der sich da... Da seine Ampeleien macht, kann ich euch schon mal erzählen, ne? Also ich werde heute vielleicht sogar zwei Folgen von dem Spiel aufnehmen, weil es ist doch wirklich so geil. Es macht so einen Spaß auch, wenn ich hier ab und zu mal rumfahle. Aber, ja, es ist halt Tenchu, ne? Ich war ja noch nie der beste Tenchu-Spieler, aber... Es macht mir halt Spaß und ich gebe mir Mühe und ich hoffe auch, dass euch das jetzt so gefällt, was ihr hier seht. Und, ja. Genau. Das wär's erstmal. So, dann dreht er sich... Er dreht sich! Ha! Ha! Stopp! Oh, Gott sei Dank. Ha! Hilfe! Er dreht sich wieder rum. Oder? Ja, der macht da Ampeleien, ja, aber ich hab zu viel Schiss, um da jetzt rauszugehen. Der soll sich noch einmal rumdrehen, bitte. Ja. Das wusste ich nämlich. Und wetten jetzt, wenn ich hier bin... Ah, nee, sehr gut. Ah, geil. Nein, nein, rauf! Weg da, weg da, weg da, weg da! Weg da. Ah, ich hab die Zeichen. Geil, geil, okay. Hui, hui, hui. Was ist das denn? Ninja Vision. Vater. Ah, jetzt... Ah, okay. Ja, gut. Okay. Throw Items further ins God. Ja, gut, okay. So, da... Ah, ah, der hat... Ah, nein, nein, nein. Hey, ich wollte doch hier raus. Warum gehst du nach links? Ah, scheiße. Ja, das mit dem Analogsick, mit dem rechten, das... Das wird bei mir nicht klappen, weil ich halt Emulator benutze. Oh, da ist es halt schwer mit dem Controller da... Äh, das einzustellen. Und er geht weg. Oder was? Geht er weg? Er geht weg. Er geht weg. Und jetzt dreht er sich bestimmt gleich wieder rum, wenn ich da bin, hä? Nein, 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 nein! Hä? Hä? Der war doch falsch rum. Wie hat er mich da entdeckt? Scheiße. Ah, ärgerlich. Ärgerlich, ärger... Ah! Was? Was? Was machst du denn da? Ah! Hey. Nix da, mein Freund. Hau, los, ab, ey. Was ist denn das hier? Ah, hier ist noch sowas. Ah, ich verstehe, okay. Aber hier ist nix, oder? Hier scheint nix zu sein. Beziehungsweise sehe ich hier nix. Einfach nur ne Falle von nem Spiel, ja. Dankeschön, Spiel. Sehr nett. Hä? Kann man das kaputt machen? Ah! Schaut mal! Schaut mal, was ich hier durch Zufall entdeckt habe. Das ist bestimmt ein Bonus. Ja, das ist bestimmt ein Bonus. Schaut mal. Hä? Aber ich kann hier nicht rein, oder was? Doch. Ah! Ein Heiltrank. Sehr schön. Ein guter Bonus. Hier gibt's also auch Verstecke. Ah, ich verstehe. Ah, dafür ist auch hier das gedacht gewesen. Ich verstehe. Ja. Oh, das hier sieht so krass aus, ne? In die Richtung war ich auch noch nicht, oder? Oder war ich hier? Hä? Moment mal. Oh mein Gott, was ist hier, Alter? Was ist hier los? Wo bin ich hier überhaupt? War ich nicht eben ganz woanders? Naja. Hä? Hä? Hol ich jetzt, was ist das denn hier? Äh. Ah, ich bin... Okay. Ich bin irgendwo anders. Keine Ahnung wo. Oh Gott, dahinter ist... Oder? Wart mal. Uh. Da! Okay, und? Nein! Ah, fiese Route. Fiese Route. Ich komm hier nicht weg. Ah. Ist das blöd. Ist das blöd gemacht, ey. Fuck. Und ich komm hier nicht raus. Ah. Oh. Ja gut, dann muss ich kämpfen. Dann muss ich kämpfen. Dann muss ich kämpfen gegen den. Na? Na? So. Okay. Ah. Beim Kämpfen muss ich mich immer voll konzentrieren hier. So. Aber es geht ja auch so. Aber es ist halt... ...schwerer dann hier eine gute Statistik zu kriegen. Aber es ist noch möglich. So. Wo bin ich denn jetzt? Ah, Alter. Wo bin ich jetzt hier? Moment mal. Was ist das denn jetzt hier? Jetzt bin ich wieder woanders. Ist das hier Wasser? Okay. Warum ist denn hier Wasser? So. Okay. Da hinten. Ah. Aber wie? Was? Hä? Aber ich bin auf dem richtigen Weg. Doch. Ja. Aber wie rum steht der denn jetzt? Ich kann das nicht erkennen. Aber ich glaube, er steht falsch rum. Nein. Oh. Er hat mich schon wieder entdeckt. Nein. Ah. 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 Hier kann man einfach rein. Okay. Oh. Verdammte Scheiße. Ah. Shit. Shit, ey. Man. Da ist er. Ah. Der richtet jetzt wieder seine Kreise. Oh. Wie schnell. Wie schnell vor allen Dingen. Oh. Hör auf. Hör bloß auf, ey. Oh. Mensch. So. Der ist ja nach rechts jetzt gegangen. So. Ah. Ne, 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 ne. Oh. Jo, 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 jo. Okay. Da ist er. So. Ah. Der dreht wieder seine Kreise jetzt hier. Deswegen. Hä. Okay. Ich muss auch noch hier irgendwie den Abstand hinkriegen. Also den Abstand, den man haben muss, damit die einen nicht entdecken, wenn man kniet. Den weiß ich noch nicht genau. Ah. Boah. Boah. Alter Schwede. Was macht der denn? Boah, wie heftig ist der denn drauf, ey. Alter, was? Hä? Wieso? Wieso? Hä? Wieso hat der mich da jetzt entdeckt? Das verstehe ich nicht, Alter. Was soll das denn? Kann mir das mal jemand erklären, der das Spiel kennt? Warum der mich da jetzt entdeckt hat? Weil das verstehe ich nicht. Sorry. Wo ist der jetzt da? Genau. Ah, ist das schweißig. Ist das schwer, ist das schwer. So. Hör an. Nein. Ich hab's schon wieder... Ich hab's jetzt schon wieder verkackt, oder? Nee. Moment. Ah, der hört das. Alter, was? Warum? Warum wird der immer aufmerksam, wenn ich mich hier nähere? Wegen dem Wasser, oder was? Ah, okay. Boah, das ist krass. Ich will den unbedingt Stealth kriegen. Oh mein Gott. Ich weiß es halt nicht, ne? Wie geht der? So. Nochmal wieder lieber zurück. Und beobachten. Nur beobachten, ey. Ich hab keine Blasrohre mehr. Ich hab kein Giftreis mehr. Ich glaub, wenn das so weitergeht, wird es doch nur eine Folge werden heute. Ah, ja. Oh, Mann. Es dauert aber auch lange, oder? Ja, jetzt. Komm, oder? Natürlich dreht er sich jetzt genau in dem Moment, ey. Ich hab den jetzt echt lange beobachtet. Wo ist denn der jetzt? Oh mein Gott! Ey! Alter! Ah, der nervt! Richtig nervig grad. Oh! Oh mein Gott, ey. Alter! Nein! Ja, egal, komm, dann kehle ich den jetzt so. Ah! Ah! Mann, ey! Lang genug hier vertrödelt. Ah! Wer sieht mich? Wer sieht mich? Das kann nicht sein, Alter. Ich hab den so lange beobachtet. Und da entdeckt er mich trotzdem, ey. Oh, Mann. Ey, das ist... Äh! Was? Ah, nee, da komm ich ja her, da hinten, oder? Ah, nee, hier ist auch noch was. Oh, ah! Moment mal. Warum werden die immer aufmerksam? Wenn ich laufe? Wenn ich auf dem Wasser laufe, oder was? Ah, die Sonne tut auch ihr Übriges, damit ich hier echt nichts sehe, ne? Ah, okay. Da ist noch einer. Ah, da ist noch einer. Ah, okay. Da sind zwei. Dann kill ich erstmal den. Wenn sich die Situation ergibt. Ah, der andere, der nervt. Der andere da hinten, der nervt. Der nervt richtig. Ach, Mensch. Okay. Jetzt geht der andere weg, aber jetzt dreht er sich rum. Das ist doch gemein. Richtig gemein. So, jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Er dreht sich rum. Warum dreht der sich rum? Sag mal. Woher wusste der, dass ich da bin? Woher wusste der, dass ich da bin? Ja, keine Ahnung, ey. Mann. So. Jetzt, hau ab. Ich kann, hä? Ich kann die echt nicht irgendwie ablenken, oder so, ne? Ey. Oh, Mann. Was soll das? Oh, das Level hier ist aber auch voll dunkel. Oh, ist das schlecht, ey. Da ist er. Da sind beide. Das sind beide. Oh. Mein Gott. Was? Nein, 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 nein. Oh, das ist... Alter. Ist das krass hier. What? Ja, natürlich. Ey. Ey. Mein Leo. Das gibt's nicht, ey. Das gibt's... Ey. Und dann diese Scheißsonne da draußen. Da oben. Da oben. Okay. Beide da oben. Ey. Ah, ich glaube, die werden aufmerksam, wenn ich am Wasser laufe. Ah, dreh dich rum. Die werden aufmerksam, wenn ich am Wasser laufe. Okay. Ich verstehe. So. Jetzt bin ich schon mal hier. Hab den vor der Fresse. Wo ist der andere? Da ist... Oh. Da ist der andere. Okay. Der geht aber weg. Sehr schön. Ah, ne. Der geht nicht weg. Ah, warum hab ich denn hier C-Bugs? Ah. Wer sieht mich denn hier? Hä? Hä? Hallo? Hä? Da unten ist noch... Hä? Ah, da ist noch einer. Oh. Ja, das ist blöd. Den hab ich nicht gesehen. Ah. Oder ist das der andere? Das ist der andere, oder? Ne, da ist noch... Da ist noch der dritte. Oh, was soll ich denn jetzt machen? Ah! Er hat mich gekriegt. Scheiße. Oh, meine, 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 meine. Ah, lauf. Lauf weg hier. Lauf weg hier, Rekimaru. Geh weg. Oh, Gott. Oh, hau ab. Oh. Boah. Oh, ho, 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 ho. Alter, wie krass das ist. Wie krass das einfach nur ist, ey. So, da unten sind zwei. Die krieg ich auf keinen Fall bei der Stealth. Wenn da zwei Gegner sind. Auf engstem Raum jetzt. Und da hinten ist noch der dritte irgendwo. Puh. Die drehen da zweimal die Runde, okay. Oh, das ist heftig. Krass. Das ist heftig. Das sind alle drei. Oh, ho, 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 ho. Wie soll ich das denn machen? Alle drei. Das geht doch nicht. Das geht nicht. Auf keinen Fall. Ne. Wenn ich einen Stealth kriege, dann ist doch geil, ey. Alle drei sind da. Boah. Drei Gegner. Also, ich glaube, das sieht man hier jetzt auch zum ersten Mal, ne. Ne, die krieg ich doch nicht. Die krieg ich niemals. Da bräuchte ich drei Blasrohre für. Oder zwei zumindest. Oder? Moment mal. Ne, die drehen da ihre Runde und da unten der auch. Der kommt hoch. Oh, kommt. Yes, ich hab einen. Ah. Danke, dass du hochgekommen bist, mein Freund. Danke, dass du hochgekommen bist, ey. So, der ist weg. Haben wir nur noch zwei. Okay. Ah, man muss einfach warten, bis die hochkommen. Alles klar. So, okay. Okay. Was machen die da, Alter? Das sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber ja, ist egal. Oh, ist das krass. Es sind zwei Gegner noch. Egal, ich probiere das gleich mal. Runter zu springen und einen zumindest zu killen, wenn die Situation okay ist. Das ist doch, das würden die zur Musik tanzen. Aber lange habe ich, ich habe doch nicht ewig Zeit, Freunde. Ich glaube, das ist jetzt auch langweilig, wenn wir die ganze Zeit da, die beiden Gegner dazu gucken, wie die da ihre Runde drehen. Ich gehe jetzt einfach runter, ey. Ist mir jetzt scheißegal. Ne, ich muss doch mal hier, ich muss doch mal hier, ich muss doch mal weiterkommen. Es ist mir scheißegal, ob ich hier feile oder nicht, aber man muss doch echt irgendwie mal weiterkommen. So. Der andere ist schon mal weg. Dann kann ich den ja jetzt stealthen, ne, wenn ich, wenn ich wieder hier hochgehe. Ja. Wenn ich wieder hier hochgehe. Okay, so. Ich habe, das wäre doch echt zu krass gewesen, das jetzt so lange zu beobachten, bis sich da mal eine Situation ergibt, also. Ah, ich habe komische Ruckler. Egal, komm. Egal. So, der eine, den kriegen wir jetzt auch so. Oder auch nicht wegen dem scheiß Wasser hier. Oder auch nicht wegen dem scheiß Wasser hier. Ah. Egal, komm. Den kriege ich auch so. Genau. Nur den letzten Heiltrank, ey. Fuck. Egal, ich habe ja noch Ninja Rebirth, ne. So, was haben wir hier oben noch? Nix. Okay. Und? Ah, blöd. Aber egal, ich habe die Gegner jetzt erstmal aus dem Weg geräumt. Es ist zwar nicht so schön, wie ich es gemacht habe, aber ich habe sie aus dem Weg geräumt. Und, genau. So, dann haben wir hier jetzt noch geradeaus durch. Dann haben wir das Ziel erreicht. So, hier ist noch einmal... Nee, stopp. Hier rechts. Hier rechts ist irgendwo ein Gang noch. Da oben, oder was? Hä? Links. Ah ja, hier. Ah, okay. Ich habe es. Ist hier noch ein Gegner? Oder bin ich jetzt gleich da? So, kurzer Bug. Ich habe keine Items für jetzt einen möglichen Bossfight. Aber ich bin jetzt da. Nein, da ist ein Item. Da ist ein Item. Das will ich noch haben. Hallo. Hey, hey, hey. Geh da bitte hoch, Rikivaro. Da ist noch ein Item. Ich habe es gesehen. Hey, Mensch. Nutze halt den Kletterhaken. So. Da ist noch ein Item. Was haben wir denn da? Noch einmal Ninja Rebirth. Okay. Okay, und? Ja! Geschafft. Puh. Das muss nicht in den falschen Händen kommen. Was? Ich habe dich erwartet, Rikivaro. Es war ein langer Zeit. Du, Onikage. Ach, der schon wieder. Ja, und jetzt bin ich zurück. Ich wollte dich retten. Du bist zurück? Ein Mann, der sich Tenrai, hat mich zurückgebracht. Und in exchange, hat er die Shichishto-Sorde. Was für? Shichishto ist die Kette zum Portal. Mit ihm kann ich Herrn Meo zurück in diesen Welt kenne. Ich wusste, dass du mich direkt zu ihm leidest. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, gegen Onikage. Alter, wie krass. Oh, fuck. Oh, oh. Okay. Shuriken. Ah! Ah! Boah, fuck. Okay. Okay. Oh, 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 oh. Ah. Zack, zack, zack. Ah! Der wehrt alles ab. Zack, zack, zack. Yes! Boah, das war geil. Der Kick war geil. So. Da haben wir dich gekillt. Doch mal, schon wieder. Ich sammere, die Ruhige waren korrekt. Was? Rikimaru, wo sind Sie hiding? Komm her! Ja! Rikimaru, call Lord Mayo. Stronger! Lord Mayo! Your humble servant Onikage is here, waiting for you. Aber ich hab doch gewonnen, warum? Hä? Pisa, yoi! Was geht denn jetzt ab? No, it can't be! Ich bin zurück, um dich wieder runterzunehmen, Onikage. Zweiter Kampf! Okay, noch ein Kampf! Alter, was war das denn für eine geile Katzi? Zack. Nein! Hör auf! Was machst du mit mir? Alter! Äh! Ii! Was soll das denn werden? Moment mal. Ich hab doch jetzt hier Ninja Reverse, oder? Wie nutzt man das? Moment mal. Zack, zack. Ah! Nein, 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 nein! Oh! Ah! Alter! Alter! Oh! Ah! Ah! Ich sterbe gleich! Oh! Oh! Oh, kick ihn weg, ey! Boah! Fuck! Nein! Aber Moment mal, ich hab doch Ninja Rebirth. Ja, ich hab Ninja Rebirth. Sehr gut, ey. So, und zack! Da hast du das, mein Freund! Hä? 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 Ah ja, er heilt sich wieder. Du Penner, ey! Das ist so ein Mixer. So. Zack, zack, zack. Ah! Jetzt macht er schon wieder so ne Scheiß-Kombo! Ich weiß ja nicht, wie die gehen! Ja, der frisst mich wieder auf. Keine Ahnung, ey. Und die Kage, Wichser, ey. Wirklich. Und die Kage ist zwar ein Penner, ich hasse ihn. Und zack, 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 zack. Kick ihn weg. So. Und zack! So. Jetzt reden wir mal weiter, mein Freund. Ah! Ja, werd alles ab. Ja, ist das. Zack, 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 zack! Jetzt hab ich dich aber! Oh, nee. Jetzt hab ich dich aber! Oh, ey. Mein Fresse. Darauf erst mal Schluck Cola. Oh, so. Was denn jetzt schon wieder? Oh, das gibt's ja wohl nicht. Oh, das gibt's ja wohl nicht. Alter. Ist das krass. So, jetzt kommt die Statistik. Und? Bestimmt wieder Ninja oder so. Ja, Ninja, ey. Aber? Aber es ist besser. 55 Mal entdeckt, ey. Ja. Oh, Mann. Ja, das ist blöd. Aber? Egal. Äh, Ninja. Okay. 290 Punkte. Ich hätte nur vier Gegner mehr killen müssen. Wir sind eigentlich Großmeister, glaube ich. Aber ja, ist egal. Ich spiel's ja erstmal nur just for fun, ne? So, was haben wir jetzt noch? Die Mine und irgendwas anderes. Okay. Gut. Äh, nee. Dann würd ich sagen, schauen wir mal weiter. Okay. Achso, speichern. Ja, klar, speichern das. Okay. Ja. Okay, dann schauen wir weiter. Hä? Ah, okay. Okay, krass. Also, für alle, die das jetzt nicht verstanden haben, äh, die Azumas haben einen Schatten quasi. Die sind als Schatten rumgelaufen. Und jetzt ist der echte Rikimaru quasi aus dem Portal rausgekommen. Ziemlich abgefahren. Und, ja, genau. Wir sollen Prinzessin Kiko mal wieder retten, weil sie wurde mal wieder entführt. Und, genau. Ja. Das, meine Freunde, würde ich aber sagen, sehen wir jetzt das nächste Mal. Äh, ich werde jetzt erstmal Schluss machen und das erstmal schneiden und alles. Weil das war doch wieder eine sehr ereignisreiche und lange Folge. Und, ja, genau. Dann würde ich sagen, vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Wem es gefallen hat, der lässt auch gerne ein Lack oder Abo da. Und, ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne. Ciao, ciao.